Die Volkspartei mit den Grünen, ein starkes Team zusammengestellt, das aus Frauen und Männern, Jüngeren und Männern ein starkes soziales Netz haben, wenn wir es brauchen und natürlich respektvoll mit unserer Umwelt umgegangen. Initiativen von der Digitalisierung bis zur Frauenpolitik, vom ländlichen Raum bis hin zu Maßnahmen zur Stärkung der Transparenz in Österreich. Jetzt ist er mit seinem breiten Wissen und Engagement. Meine Damen und Herren, auch ich möchte gleich zu Beginn meiner Rede...